herzlich willkommen liebe zuschauer bei answer not ein kleiner als kleines wortspiel not mit k geschrieben also wie das englische wort knoten es ist ein kleines kostenloses game aus steam ein walking simulator wie es so viele davon gibt und ich starte jetzt einfach hey zach okay was in calling for anything in particular i just want to talk to you not that i'm bored or anything not at all tuesdays are always a lot of fun stacy got that right fucking stacy i think i didn't have enough work already anywho yeah don't forget to book us your destination okay since you're not over busy working from home no mister you're not following me i know you didn't forget about it yep i saw the catalogs on the table jack learn to hide your evidence sweetheart and i also know how much you love these messages but come on sometimes it's just a dream of you answering the phone so i don't feel like a crazy person talking to herself all the time okay okay wir sind also sack und jetzt haben wir gerade unsere freundin telefon gehört ja kleine referenz an müsst aber nicht müsst geschrieben aber wir fliegen mal wieder wir haben keine beine enora noch ein game und wir müssen mal unsere beweismittel ein bisschen besser verstecken wenn wir den urlaub planen sorry i just finished i get stuck again because of stacy and her great habit of leaving work early yeah as usual you know this time i had to proof your whole paper before i went to print anyway i'll be home in about an hour hey could you please get the chicken out of the freezer for tonight thanks see you in a bit love you ja sie hinterlässt wohl gerne nachrichten auf unserem abi auch wenn sie das erst sagt dass sie das nicht gern macht aber sonst würde sie es ja nicht tun do we have enough the new york times coding may destroy the world now we like monochrome pictures wovon habt ihr genug sleep at night was stand da eigentlich auf dem buch the adventures of paul prospero mit rechtsklick können wir rein zoomen travel dream ja aber sie scheint sich ja auch sehr dafür zu interessieren was er so wo er so macht und so und legt er sein zeug vielleicht auch ganz offensichtlich so hin dass sie es bemerkt vielleicht mal egal schluss mit der analyserei analysierei äh travel notebook 2000 scotland 2002 indonesia 2003 nepal note to self buy new notebook ok da passt das natürlich super hin dieses note to self nepal 24 66 2003 weird this thing happened today we tried to go and visit shambhala with zeug as chloe recommended lately but turns out half the temple are are gone half the temples are gone blown up according to the locals some bizarre treasure hunter came over with his team and suddenly gunfire rockets and helicopters even and now we welcome to visit ruins and ashes this was not the kind of trips second i were expecting really i can't help but ponder what were they thinking was erinnert mich an den evg what were they thinking ok das spiel scheint wohl zu beginn der 2000er jahre zu spielen deswegen auch dieser riesige röhren fernseher was ist das hier meint control facility ja der fernseher ok ja zack und seine freundin also ich und sie coming soon ja ok da fehlt wohl was fashion get the perfect bangs without help jetzt wüsste ich gerne was bangs sind hollow cheeks ten ways to use your brush and not fuck it up hammer up the new makeup trend coming from your car workshop what physiotherapy how to treat back pain stacy wrote this also da hat wohl jemand nicht gut genug gegengelesen stacy scheint ja auch nicht besonders beliebt zu sein bei der freundin ich weiß gar nicht ihren namen jake malone drew gillenhall mary barrymore das ist das ist eine referenz an donnie darko please read these manuscripts to help your sweetheart the morphic by cassandra troy based on future events you're gonna be the first one muss ich das jetzt wirklich lesen ich hoffe nicht habe ich auch keinen buch dazu man kann auch nur draufklicken und dann wieder rausgehen ok ah da sind noch mehr urlaubsfotos an irgendeinem meer oder see mit sehr viel filter ich frage mich ob es diese leute wirklich gibt ob die irgendwas mit dem spiel zu tun haben oder ob das nur irgendwelche stockfotos sind wahrscheinlich nicht south america travel north america travel matter waves or corpuscule our universe does red bull give you wings okay the unexpected adventure of lucia robert ich weiß nicht ob das irgendwelche referenzen sind the theory of everything this is not a random book tja holy bible holy bible how to learn lorem ipsum landscape photography this is not a random book europe travel oh ich kann durch den vorhang durchgucken brave new world aldous huxley ja das ist ja ein buch das es tatsächlich gibt habe ich noch nicht gelesen habe ich aber mal vor irgendwann zu lesen i told you ein sehr berühmter utopischer roman oder dystopisch ich weiß nicht genau ich glaube eher dystopisch moment moment das ist eine referenz an den film memento mit guy pierce carrie ann moss und den dritten namen weiß ich nicht aber ein sehr berühmter film finde ich sehr sehr gut habe ich schon ein paar mal gesehen oder mein fack ok noch mehr stuff der rumliegt neu noch mehr zeug das einfach irgendwo rumliegt und nicht aufgeräumt ist fotos postkarten dear esther thanks for the pictures i ok da hat jemand nicht zu ende geschrieben oregon campos santo haha campos santo ist ja die firma die äh aber was hat die nochmal für ein spiel gemacht ist ja von welf mittlerweile gekauft worden die firma ach fällt mir gerade nicht ein wie das spiel heißt google es einfach dann finde ich das raus noch mehr gefilterte pictures beim wandern beim vögel beobachten oder auf dem motorrad katze polaroid wo sind sie da unterwegs liegen irgendwo rum strand spaziergang skifahren mhm in irgendeinem diner boah das macht hungrig fragil aha ja was ist da wieder für eine note we spend without thinking about you guys we found this marvel as marvelous spa a few days ago that we've spent every afternoon and since aiden is so relaxed now he can't even feel his body anymore have an awesome normal day back home was an spa ist weiß ich leider nicht also außer den it begriff spa single application single page application aber ich weiß nicht ob das damit gemeint ist was warum denn auf französisch auf einmal photo contest heroism you're gonna be part of the jury zack irvine calamaro gigante italia gorgeous village hanging on the rocks above the mediterranean sea an old shell collector told me the name of the place meant giant squid what a weird choice abzu lagoon absolutely can't remember if that's june or me the guide maybe hm es passiert nicht wirklich viel in diesem walking simulator außer dass ich nur irgendwelche fotos und memorabilia anklicke und mit texte durchlese to do today finish vietnam report finish mood board for tbs magazine project cook a real meal for real 20 minutes guitar clean desk or not or yes cookies electricity bill change hard drive water plants so they don't die lol laundry got damit ja was für ein geheimnis hat dieser raum oder dieses spiel for that matter alle möglichen fotoerinnerungen so eine dachwohnung pflanzen umzugskisten da fragt man sich manchmal sind das tatsächlich fotos oder sind das eher grafiken france places for inspiration ah habe ich mir schon angeguckt okay ensure the safety of your family register now and we will install your shelter tomorrow was voltech kleine referenz an fallout my name is zach and i never use the phone drink the introverts anonymous disapproved this shaming ja kann ich nur nachvollziehen ich benutze das telefon auch nicht gerne campos santo sport centers trading age three adult group every wednesday lifeguard certified swimming with ellie afraid of water come to us and we guarantee you'll be swimming like a fish within a month inquire within or call for lessons rates dates and times campos santo sport center can you do these covers today please oh man so viele zettel sae institute genev ha it's burning that's unity new york times aber schönes apartment white run stables horseback riding in the mountains we welcome everyone who loves horses established 1826 the white run stables has been running in the family ever since and is now famous for its unforgettable trails wieder schön wieder fehler drin jo alle möglichen fehler das ist auch alles hier von stacy geproofried naja geproofried wohl eher nicht aber halt entworft adams and olman gallery invitation zach irvine after the world white famous baby face the visionary painter unveils his new so viele typos so viele fehler joseph park joseph park laughing okay küche hier dr charles snape hypnotism its benefits values and dangers um calvin 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 gave this for you yesterday as a warning he's all into sleepwalking cures and mind blocking powers against evil forces now his latest theory is that you'll end up a brainless puppet that follows everything i say if i keep talking to you in your sleep next time we visit give your brother a hug and tell him you'll love him will you he's already growing to dislike me and please don't read this bullshit jetzt habe ich es trotzdem gelesen kassenzettel donuts bride club first rule of bride club is you have to wash was für eine schlechte referenz an fight club endlich mal was interaktives ich kann einen kühlschrank öffnen take out die nächste nachricht von der dritte ich stoppe um zu kaufen und ich schaue die Beine jetzt ach wenn du kannst auf den telefon dann könnte es etwas einfacher machen für mich aber ja kenne mich zurück und sehen wenn du sie möchtest oh aber bitte checken ob es noch mehr gibt bevor du mir meine neue ok liebe dich see ya scrambled ex queen ja sie mag es nicht besonders dass zack nicht ans telefon geht da hilft es natürlich besonders dass sie immer wieder anruft na sullivan adventure book a tour now warum ist die so wieder so schnell zugegangen traffic at almost 8 pm what the fuck right that definitely makes me want to be on the motorcycle right now and yeah I know you're always right I know but you don't need to get out all the motorcycle ads before I arrive you know I'm not gonna buy one today ok don't get too bored while waiting for your dear wife to crawl home we love you bisschen viele nachrichten es sei denn es hat das es hat einen grund dafür you're a monster und ein bisschen zu viele zettel the cake is a lie kleine referenz an portal caretaker of the year her hat die pflanze eingehen lassen aha geht sie zu dieser tür raus nein shopping lists computer tower playstation one guitar three to four pairs of shoes coats and coat hanger backpacks desk furniture scissors tape erasers random books first floor jackets ist das ne to do liste für das spiel zum programmieren es liest sich irgendwie so als das dann das sind alles noch props die alle noch hergestellt werden müssen mhm schönes poster aus dem flugzeug replay since you haven't called me back i assume you didn't want me here actually i'm calling because i'm stuck in traffic right now can you believe this another shitty day yeah traffic at almost 8 pm what the fuck right that definitely makes me want to be on the motorcycle right now and yeah i know you're always right i know but you don't need to get out all the motorcycle ads before i arrive you know i'm not gonna buy one today ok don't get too bored while waiting for your dear wife to crawl home love you aber sie hat ja am anfang auch gesagt dass sie weiß dass er diese diese messages liebt deswegen spricht sie wahrscheinlich auch immer wieder drauf deswegen ja aber mein geschmack wäre es nicht wieder was zum öffnen hier ein kleiner tresor kann man mit dem ding interagieren im moment nicht aber wenn man diese tür öffnen kann und da ein tresor ist muss man damit sicher etwas finden können ok diese diese wäschekiste ist unüberwindbar ja hao ich fall einfach mal kurz runter alles klar bam ok also muss es noch irgendwie anders weiter gehen hier was ist denn eigentlich bang bang my baby shot me down und zähne first second ok kann ich das so drauf drücken ich kann den safe nicht öffnen gut dann wird es wohl woanders weiter gehen hier oh ok also ich habe geklickt warum ist eigentlich diese warum kann ich diese tür nicht freimachen garage auch nur ein game designer trick um diesen ort um nichts zu geben zu müssen dass dahinter nichts ist aber das habe ich noch gar nicht gelesen das buch the adventures of paul prosperer when the police won't help you and the priests won't believe you you can call you can call paul prospero was für ein zungenbrecher ja ähm was ist jetzt das ziel motorcycle ads sollte ich wahrscheinlich raussuchen ne weil sie das gerade gesagt hat in dem in dem in dem anruf wenn ich jetzt wüsste wo die motorcycle ads sind warum ich jetzt dafür das achievement kriege ist mir ein rätsel weil da habe ich vorhin schon hingeguckt so 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 Oh, you noticed, the key is missing, right? Der Bassschlüssel. We are on a budget tune. Nice start, really reminds me of something. Oh, da sind noch Sachen. Alter, das habe ich schon angeguckt. Ja. Kenne ich alles schon, okay. Boah, das will ich jetzt nicht alles lesen. One morning when... Boah, ist das klein alles. Rent Receipt. Boah. Dann diese Tastatur, so wenig Details. Ah, hier. Best prices. The best rise at the best price. Bestie price. Super awesome Extreme Machines. Ducati 1000. Yamaha SR 400. Honda CB 900. Suzuki. Ducati. Ja, warum denn auch nicht? This one. Ah, wieder eine Nachricht. Odd, I'm still stuck in the thing with traffic jam, but I don't know, something is weird. Cars are barely moving one inch an hour and... First, I thought it was an accident, but it looks like cops are inspecting the cars as if they were looking for something. I wonder what's going on. Have you heard anything about a terrorist attack? Like on the radio or at the paper? I really hope not. Call me back as soon as you can, okay? Okay, dann hören wir mal Radio. Breaking news. If you're planning on going in and out of the city of roses, you'll have to be patient. Unexpected traffic jams have paralyzed the city of Portland. Many people are still trying to get home as we speak. The cause is still unknown, but Helen I'm sure is just another poor dog locked in a car. More on that later, but now, here is some jazz. Okay, da bin ich jetzt nicht wirklich draus schlau geworden. Dann zeig mir mal bitte den nächsten... Hier ist eine Zeitung, okay, die kann man nicht lesen. Aber es gab noch mehr, ich weiß es. Hier ist noch mehr. The big fire. Everything is awesome. Jetzt ist auf einmal das Licht an. Das war vorhin nicht der Fall. Der Kühlschrank geht nicht... Ah doch. Tür geht nicht auf. Aber mehr Zeitungsartikel habe ich nicht gesehen. Wenn er so einen Terrorist-Attack gegeben hat. Oh, schönes Licht. Dann ist auch dieser Shelter vielleicht interessant. Ach so, da sind noch mehr Fotos. Ach so, da sind noch mehr Fotos. Ach ja. Vielleicht im Fernseher. Vielleicht kann ich ein Fernsehprogramm anmachen. Hm, nicht wirklich. Das Radio nochmal anmachen geht auch nicht. Ja, was denn? Den Computer kann man auch nicht anmachen, um nach irgendwelchen Neuigkeiten zu suchen. Die Mercurius-Meeting. Den kann ich mir natürlich nicht nochmal anhören. Oder auch noch. Oder auch noch. Oder auch noch. Oder auch noch. Okay, das ist immer noch gleich ein Meldung. Tja. Wahrscheinlich sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das ist wahrscheinlich kein besonders schweres Rätsel. Okay, ich höre mir noch mal die Nachricht an. Ah, hier ist der Paper. Jetzt auf einmal. Okay, jetzt muss ich erst mir die Nachricht nochmal anhören. Aber es sieht aus, dass die Polizei die Fahrzeuge inspectieren, als ob sie etwas schauen würden. Ich weiß nicht, was ist hier passiert. Ich weiß nicht, was ist hier passiert. Habt ihr nichts über einen Terrorist-Attack? Wie auf der Radio oder auf dem Papier? Ich hoffe nicht. Ja, mach mal gleich. Pick up. Wyoming on fire, destructive fire, gaining ground in Wyoming. Okay, hat jemand irgendwie, suchen sie nach dem Brandstifter. Was ist hier? jene raymond in kenya discovered this week a new specimen of dinosaur presumed to be dated from the paleolithic age the bones and structure of the specimen are in great shape almost intact declared professor raymond it's really difficult to take to date this discovery since it's a whole new species we discovered here scandal in the scientific community stephanie bernhard das lesen jetzt aber nicht komplett slowly they morph dangerous psychiatric patient escaped and scares drivers on route 26 das steht in der zeitung ja das steht in der zeitung portland around 3 p.m on sunday drivers on their way to portland through route 26 got a big scare indeed a man described as extremely tall and barely clothed started walking on the busy driveway as the car drove by him witnesses say that he stood in the middle of the road and then tried to follow the cars when we passed him by aha wieder mal schöner fehler he stared at us with a strange look on his face others reported that the man tried to jump on their car and attack them most simply observed the man they described as disoriented standing on the side of the road authorities didn't take long to take the deranged man and took care and remove him from the area the police liaison david dupin revealed the man was a patient of the new mark psych 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 oh my god so viele fehler psychiatric ward that escaped earlier that day authority have not yet revealed the identity of said patient but claimed the situation was under control and that the man was not a danger to the population anymore newmark hospital failed to provide any information or comment on the case and reason remaining silent it was all more fear than harm in the end yeah but that's with me that's what's the good friend here passiert hey zach it's me again you won't believe it a cop made us all get out of our cars and now we're all waiting for a bus no explanation i i don't know what the fuck is going on i had to leave all my work in the car like how am i going to get back something's really out of order tonight not to mention you're not answering the freaking phone and it's really frustrating what are you even doing did you get all the message me if you're falling asleep i will find out you know you always make such a mess on the couch and you never clean up and i'm oh wait a bus has arrived wait uh okay i'm gonna get it on the bus okay i'll call you back ich würde sie ja gerne zurück rufen okay also sie ist jetzt im bus und was ist das jetzt für mich für ein hinweis also was soll ich damit machen mit diesem hinweis soll ich die couch aufräumen ja what's the point of having a phone if you don't answer it sleep at night mister anyhow i'm on the bus it's supposed to take us out of the city i don't know exactly where they'll drop us but i'll manage to find a way home i think they got this under control whatever this is the strangest thing is that no one even knows what's going on someone said he heard that strange things happen all over town did you hear anything back home kann ich nicht sagen weiß ich nicht ob alles so normal ist das ist was oh god ich habe absolut keine idee was das könnte aber ich habe Jungen drange Leute auf der Seite der Straße wie sie aus der Straße kamen und ich habe nichts ja bitte kenne mich hier oder sehe nichts oder Ja, jetzt wird mal langsam wirklich mal Zeit, um zurückzurufen. Aber ich habe das Gefühl, dass das nicht passieren wird. Ja, jetzt muss ich mal eine Knarre suchen. Wo auch immer der gute Zack eine Knarre versteckt haben könnte. In seinem Apartment. In dieser Amphore hier? Nee. Ach, ich schätze mal, die ist im Tresor. Ja, die ist im Tresor. Toll. Woher kriege ich jetzt die verdammte Kombination für den Tresor? Oh yeah. First, second, fourth. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei. Also fünf, drei. Eins. 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 Zwei, fünf, drei, eins, zwei. Ja, da ist die Knarre. Zack, pick up the phone for God's sake. What are you doing? Do you even hear it ring? Fucking crazy night. Zack. If you hear me, the boss dropped us somewhere near Pinwheel Street and they told me a shuttle to Campo Santo would come any minute. I'm almost there, okay? An old guy said that aliens have come. That's what we're facing. We're down everywhere and God, that doesn't make sense, right? Aliens? Come on. He did crazy things and he had like a panic attack and some cops had to calm him down and Well, listen, according to the security guard, the shuttle will drop me in our street at 10 sharp. Please make sure you're here at 10 o'clock, Zack, okay? Please keep an eye on the clock and don't let me down. Is here irgendwo eine Uhr? Ach ja, Aliens. Okay. Das war die Uhr. Wake up, please answer the phone. Okay, I finally got on the shuttle. I don't know why it arrived so late. That alien story spread and now everyone's convinced we're like invaded down here. I'm getting my voice down because everyone's so tense. I can't wait for this night to end. Please, Zack. Wake up and call me back, please. I really need to hear your voice right now. I don't know what led to this strange creature's bullshit, but please lock everything up, okay? And stay inside. Lock up the windows too. Stay inside until I come back, okay? Don't let anything come in. Be safe. Der Typ muss ganz schön lange geschlafen haben, dass er diese ganzen Anrufe nicht gehört hat. Aber man hört ja auch nicht klingeln, also, na. Okay, also ich soll die Fenster verschließen, ja? Okay. Und fast. Der Typ muss nicht auch nicht über Orleans sein. Ich gehe jetzt gegen Sie sich verweiler losdassrica. Oh. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Aliens! Nice, jetzt wird's ja richtig interessant. Dann machen wir die Tür mal auf. Bin ich selber ein Alien oder was? Jawohl, ja. Nicht schlecht. Cooler Twist am Ende. Das hat mir gefallen. Ah, die scheint es tatsächlich zu geben, die Leute auf den Fotos. Ja. Das war Answer Not. Danke fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.